Zukunftsplanung Bedeutet, sich auf die Zukunft aktiv und bewusst vorzubereiten. Entwickle Visionen und male dir aus, wie du zukünftig leben willst. Setze dir dazu geeignete Ziele. Sie sollten zu deiner Persönlichkeit passen und erreichbar sein. Resiliente Menschen denken schon in guten Zeiten darüber nach, was sie tun würden, wenn sie in eine Krise geraten würden. Zum Beispiel eine Trennung oder eine schwere Krankheit. Dadurch können sie auch plötzlich auftretende Probleme leichter überwinden. Überlege dir, was du vom Leben erwartest und plane voraus, wo siehst du dich in 10 Jahren.